So, herzlich willkommen hier bei Mini C6 beim Spiel Summer Memories 4 Plus. Das ist halt so ein Survival-Third-Person-Überlebensspiel halt. Katastrophen wie Erdbeben und so weiter in Japan, in China, in Asien muss man halt überleben. Darum geht halt. So, und viel Spaß damit. Naja, so. Da, ha, 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 ha. So, guck mal. So, willkommen bei Summer Memories 4 Plus. So, Mini C6 live angezeigt, guck mal. Ja, wie da steht. So, Demo aus Japan. 4 GB rum. Keine Ahnung. Neu seit August halt. So, guck mal. Die ersten 5 bis 10 Minuten zauge ich. Wenn geht. Wenn man weiß, ob man drückt überhaupt. Ich weiß nicht, was drum geht. Ist mir egal. Ich drück doch vor, wenn geht. Geht nicht. So. Na gut, dann. Und dann. Oh, Darko. Neu. Neu. Ich verstehe. Schnee. Schneeflocken. Cool. Ja. Ja. Oh je, was ist hier denn. Oh, egal was. So, auch wenn man drückt Kreis. Wenn man X drückt, geht man nämlich immer wieder zurück. Jojo, ich drückt Kreis, übersatz. So. Keine Ahnung. Aber ich geht mal weiter, ey. Da sind wir. Wir kommen da hier. Ähm, von X-Man, ähm, Mr. X als Frau dort. Was denn hier, wie sie schon passen? Ist mir scheißegal. Komm, ganz Zeit. Ganz Zeit. Wir haben noch ganz Zeit, hat Stefan gesagt. Komm. Jetzt kommt er das nächste. Namen angeben und so weiter. Riechst du schon? Nee, dann geht man erstmal los. So. Oh, egal was. So, kann man sich die Sachen aussuchen, so wie es aussieht. Was? Wahrscheinlich das ist doch wieder so ein Lesen-Rede-Spiel. Sieht ja ganz gut aus. Jetzt erstmal. Ah, erstmal. Erstmal, erstmal, das sieht erstmal gut aus. Ja, klar. So. Playstation 5 schon. Cool. Das für eine Demo lächer ist. Da ist immer eine CD drin. Playstation 5. So. Da kann man ja machen. Man kann auf jeden Fall ein Charakter steuern, das weiß ich auch. So weit habe ich schon mal gesehen. Ja, ich weiß alles. Ich denke schon, warum muss ich für den Bus zu viel bezahlen. Und warum dauert das so lange. Ich will hier raus. Aber ja, sag mal nicht. Busen. Cool. Und dann gucken, was man fünf bis zehn Minuten zeigen kann von vielen. Ja. Was ist denn hier? Oh, ich fahre. Oh, ich fahre. Oh, ich fahre. Oh, ich fahre. Ich fahre. Hör dir, du. Der ist in Japan. Jutosh. Jutosh, ich. Jutosh, ich. Ja. Ist das gerade passiert? Ist das die Wirklichkeit? Ich glaube schon, ist alles schwarz. Falls doch, dann hoffentlich stich gleich auf. Oder auch nicht. Ähm, holen wir mal das letzte. Demo vorbei, zack, gewonnen, Ausschuss. So, das Menschheit ist tot, ne. Loaring, ah ja, so. Gut, da kam da jeder heute noch. Ich will euch noch zeigen, wie man da rumläuft, wenn man da rumlaufen kann. Der Rest versteht mir eh nicht, weil die Missionen, weil es in Japan ist, rafft man nichts. Lange Ladezeit. Ah ja, bei dem Spiel hier halt, jetzt hab ich draus. Irgendwo waren halt Unfälle. Hallo. Hoi. Hoi. Na ja. Ja, eigentlich schon cool. So, lassen wir uns nochmal von irgendeinem Effekt machen, oder? Was haltet ihr davon? Komm, so, jetzt kratzt das Haus auf mich drauf. Komm, mach. Ah! Was gekotzt? Und draußen gestorben. So, naja, darum geht halt im Spiel. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Bitte liken, abonnieren, das Video. So, und game over heißt game over. Also, und tschüss und gute Nacht, ey. Ist dat da geil, ey. So, und tschüss. Tschüss. Tschüss.